Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption 2 in unserem neuen Camp. Oh, voriges, Alter! Was geht hier ab? Anfrage, Protokoll aktualisiert, Claimsbit, Lagerkasse, Null. So, und wir haben hier vorne Pearson und wir haben da vorne Dutch. Wir haben in der letzten Folge Dutch mit Dutch gesprochen, deswegen werde ich das in dieser Folge direkt mal weiterziehen. Um der ganzen Geschichte hier mit unserem neuen Lagerplatz mal eine kleine... Lass mich das weitergehen, ne? Oh, ich kann hier sogar rennen, meine Fresse. Und angeln kann ich hier. Da steht auch schon der Kleine. I go, no friend. It's funny. Buss in and up down here. My daddy died in the field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Mm-mm. Okay. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society for a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves. In a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that. But come on. Okay, wir folgen Dutch. It's nice out. Old Jose says that there's a crick around here. I reckon it's full of fish. Das könnte natürlich sein. Kommt es mir so vor, als ob die Leute hier besser gekleidet sind? Oder ist das echt so? Okay, wir folgen Dutch. Wahrscheinlich will er zu den Pferden. Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us this crick, you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather... My days are looking good along over Dutch. Always dream crushing and bubble bursting you. Come on, Jose. Let's go fishing. Wir gehen also echt angeln. Ist das jetzt hier ein Angelwettbewerb, oder was? Es ist ja deutlich entspannt. Aber Dutch hat recht. Es ist schön, es ist da draußen. Und die drei Dudes, sie gehen erstmal eine Runde fischen. Er sieht aus, als ob er da hinpisst. Was geht, ihre? Guck mal, hat er hier auch einen Araber eigentlich? Ja, ne? Ja. Mh-mh-mh-mh-mh. so weit ist es eigentlich gar nicht weg wo sind wir denn auf der karte dutch hat der bande angeordnet in rose keine waffen zu benutzen oder unruhe zu stiften ok vorne sind gesetzes hüter schön dran vorbei chelani ja was denn nun how are you boys fine this is quite some country you have here we like it well enough hoagie mackintosh at your service lee gray this is my deputy archibald mcgregor Es ist gut, dich zu treffen. Du bist Scott? Partlich. Das beste Teil. Natürlich! Jetzt, sag mal, Herr, was der Schmuck-Fop gemacht hat? Nichts zu schrecklich, ich glaube. Er wurde verabschiedet, um ein Goldminein-Investment-Skam. Oh, nein, 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 nein. Ich bin sicher, dass er nicht. Er ist ein Magistin. Ich weiß ihn. Er ist ein Fuss. Aber er ist kein Schmerz. Jetzt können wir... Ich würde das nicht machen, wenn ich dich wäre! Sch***! Die Andersen-Jungs! Ich kann nicht mehr Stendel haben! Lass uns zu helfen, mein Freund. Arthur! Ich schaue einen Mann. Und mache den Archer-Bald mit. Das ist das, was ich für. Komm, komm, komm! So, jetzt wollen wir die Leute wieder einfangen, oder was? Ist ja krass! Nicht schießen? Nicht schießen? Will you relax, we're not losing them! The Vipomio! Faster, come on! What's your name, sir? Arthur. Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. Okay, wir haben ihn fast. Wir haben ihn fast. Okay, okay. Was kommt denn jetzt? Pff! Idiot! Now get out to the others. Come on! The train is slowing down to go through the station. Now is our trip. Yeah, okay. Get to the side of the train. Okay. Okay. See the flat carriage? Head for it. Get us as close as you can. Tieflader-Wagon. Komm schon! Reite! Scheiß auf Waffen, äh Flaschen! Ja, man! Okay! Schnapp ihn wieder! Uh! Oh! Shit, 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 shit! Ah, zack! Zack, der ist ausgestiegen an dem Bahnhof. Run! Don't let them get away! Kann der andere den ja einsammeln. Komm schon! Ah, das Licht ist schon wieder so gut hier, ey. Weiterspringen, weiterspringen, rüberspringen. Komm schon! Scheiß Bulle! Und puff! Schlägerei! Puff! Oh shit! Komm schon! Das war der Zweite. Aber der ist wohl irgendwie leider zu einem X mutiert. Alter, kannst du bitte reinrennen? Dankeschön. Ah. Oh, mit dem Messer? Vater, lass mich gehen! Ich kann das nicht machen. Wie kann ich das nochmal machen hier? Du? Ah! Alter Schwede! Alter! Wie kann man den nochmal blocken? Komm schon! Komm schon! Habe ich sein Messer weg? Jawoll! Sein Messer ist weg! Oh fuck! Ey! Ah! Er macht mich fertig! Er macht mich fertig! Ah! Ah! Fuck it! Komm schon! Ja! Faustkampf! Links! Rechts! Pfff! Ich glaube, er ist tot. Ich glaube, ich habe den Kampf gewonnen. Ich glaube, ich habe den Kampf gewonnen. Nur ein Buss! Oh! Shitty titty! Jetzt müssen wir ihn aufheben. Das war close, man! Er hat mich voll geslackt, Alter. So, slack, slack! 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 Bring ihn hier raus! Slack! Hehehe! Take him in! Wir liefern ihn ab! Vielleicht kriegen wir dafür schon Kopfgeld! Ah! Ich denke nicht! Ja! Ist doch schön! Dann haben wir uns... Dann haben wir uns quasi direkt beliebt gemacht, hör! Alright! Let's take him in! Follow me! Follow me! Okay! Oh! Wir werden ihn aufheben! Anders nach hinten ist die Gehirn der Operation. Und das wirklich sagt etwas! Du bist der Buss! Das war mir sehr beeindruckend, Herr. Ich muss sagen. Ich habe mich zu sagen. Ich würde mich zu sagen, dass du selbst 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 gewonnen hast. Ich würde mich nicht genau sagen. Ich würde mich nicht genau sagen. Du kennst mit dem Bereich hierher? Nein! Nicht wirklich! Auf der Seite, hier, diese Tabakken? Das ist Teil des Kalager Halls. Das ist das größte Stadte, die von der Grey-Familie angeht. Das sieht sehr gut aus. Ja, wir sind in der Nähe von irgendwelchen Regeln hierher. Ich erzähle dir. Die Greys haben in Kalager Halls gearbeitet. Für die Generationen. Fine Leute. Meine Familie hat mit ihnen gearbeitet. Für die Jahre. Der Sheriff Greys ist derjenige, der ich am besten weiß, natürlich. Aber sie haben die Begriffe in der Stadt. Welche Stadt? Die Straße, Herr. Du kennst das? Wo sind wir? Wo sind wir jetzt? Nein. 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 Irgendwie ist es damals wirklich so gewesen, dass die Leute und die Familien wirklich durchweg irgendwelche Fäden gehabt haben mit anderen Familien. Ich weiß gar nicht, wieso das damals so beliebt war. Okay. Jetzt sind wir. Willkommen auf Rhodes. Auf der Seite ist die Rhoades. Wo ist das Rhoades-Familie? A sehr reputatlich. Wo ist das Rhoades-Familie? Der Rhoades-Familie? Der Rhoades-Familie? Wir haben auch eine Gleis-Familie, Gleisst hebt, Post Office, Stadion, Of course. Oder was noch willst? Sehr wenig. Ihr denkt nichts? Oh, gut, sie sind zurück. Und das ist deine Freundin, oder? Ja. Okay, wir werden nur auf der Seite auf der Seite, außerhalb des Sheriff's Office. Und du holst Anders aus deinem Hohen und ziehst ihn in mir? Ja, na klar. Wir entfernen den guten Mann und dann bringen wir den da mal rein. Oh, die Sonne ist so heftig am in-mein-Gesicht-Schein. Sehr gut. Ich habe dir gesagt, Arthur würde Lever, man hat eine Passion für Justiz. Das ist Wunder. So, um, meine Freundin hier? Deine Freundin ist frei zu gehen. Aber keine Probleme von dir, Partner. Ich versuchte dir, das war alles nur ein grosses Verständnis. Aber ich möchte dich von der Bühne von meinem Herz. Ich versuche, dass ich das verletzt habe. Macintosh, es ist ein echtes Freude. Die besonders guter Bürger von Rhodes, wir willkommen. Ja, wir sind einfach hier. Und machen deine Freundin schreit. Wir haben genug Probleme von einigen von den Rezenden, die altes Verständnis, die, der, Schöne, verletzten, und verletzten ihre Dignität. Wie schrecklich. Komm, jetzt. Ich werde diesen Mann auf der Strait und Narre. Komm, zurück und sehen uns bald bald, Entschuldigung, gentlemen. Bo, diese besser wären die Räume-Rumors. Ist das wahr, dass du gesehen hast, mit dem Penelope Brathwaite zu sprechen? Ich kann nicht, dass du genug bist. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Grey's, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses. Falling out of rebel gold. Marrying cousins or not marrying... Arthur, that's Jose. You start poking around, see what you can find out about there. I have missed you, boys. I've heard about bounties. Well, there's been a price on my head for 13 years. It'll take them months to find us down here. And it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where do you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents. Super agents. Haha, I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Hm. Alles klar. Wer auch immer das war. Wir haben ihn gerettet. So these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the greys place, see what the story is there. Yeah. I passed by it earlier with our friend Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these great weights. Alright. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip. Yeah, what did I say, man? It was definitely the best Angel-Ausflug ever. Have you had enough of the chase for one day? Get a move on, will ya? Hosea. Angeln gehen? Nee. I'll need to relax someplace. Unser Bad wird auch immer voller, ey. Looks like it's you and me, old man. Yeah. So, die beiden gehen also in Ruhe angeln. Okay. Wow. Speichern wir erstmal eine kleine Runde. So, Mission abgeschlossen. Ab in den Süden. Geil. Und wir sind also in Rhodes. Hier vorne haben wir unser Pferdchen stehen. Und da oben haben wir auch eine neue Mission. G. R. G. R. Ruhlen. Okay. Unser Pferd steht hier. Freunde, ich guck mir erstmal auf der Karte an, wo wir als nächstes hin müssen, wo wir auch eigentlich sind. Das ist jetzt hier unser Gebietchen hier, oder was, hä? Waffenverbotengebiet, okay. So, und hier ist unser neues Lager. Wie ist es denn hier hinten? Wow. Das blinkt aber, das blinkt aber übel. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns das doch mal als erstes vor. Allerdings, ähm, wo haben wir denn hier mal den Bahnhof? Kann ich hier gar keine... Doch, hier vorne. Na, dann reite ich jetzt erstmal noch zum... Muss ich überhaupt hinreiten? Ja. Satteltasche durchsuchen? Ne, das machen wir mal nicht. Komm, wir gehen kurz mal zu Fuß, noch zur Post. Die sollte hier links um der Ecke sein. Bei den Bahnschienen. Und dann sehen wir... Treten wir das Fass einfach mal weg. Oh, und ich muss immer weiter zurückgeben hier, mit meiner Birne. Weil wenn ich normal sitzen würde, wäre ich schon so angeleuchtet, Mann. Äh, alles klar. Wir gehen also rein. Und dann bezahlen wir mal das Kopfgeld grad für da hinten. Hm, Beamter. Kopfgeld bezahlen. Für New Hannover. Alles klar. 1100 Dollar. Meine Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Morgen die nächste Folge. Bis denn. Tschüssi Kowski.